Traurige Nachrichten von Sally Özkan Die Let's Dance Teilnehmerin und ihr Ehemann Murat haben sich nach 16 Jahren getrennt, wie sie via Instagram verkündet. Wir haben uns auseinandergelebt, sodass ein Miteinander immer schwerer wurde. Wir sind gescheitert. Nach einem langen Kampf um die Ehe haben wir es doch nicht geschafft. Also haben wir uns dazu entschlossen, uns zu trennen. Es ist immer besser, zwei glückliche Herzen zu haben, als ein gemeinsames Gebrochenes. Die als Sallys weltbekannte Back- und Koch-YouTuberin hat mit Murat zwei Töchter, die 2010 und 2015 geboren wurden.